Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, wir schauen wie immer auf den Charts und natürlich auf die News, weil diese Woche gab es ein bisschen was zu bereden. Viele, viele haben gehofft, dass es endlich eine Entscheidung gibt, hat sich nach jetzigem Stand immer noch nicht bewahrheitet. Aber gut, die Hoffnung war auf jeden Fall groß, aber wie gesagt, es hat sich erstmal nicht bewahrheitet. Trotzdem sehen wir im Chartverlauf doch einiges, was möglicherweise für einen weiteren Abverkauf oder vielleicht für einen möglichen Pump spricht. All das besprechen wir jetzt in den nächsten Minuten, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr Bock habt auf noch mehr XRP-Updates oder noch mehr Chart-Analysen, join da gerne rein, Link unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir gehen direkt durch und momentan traden wir bei ungefähr 0,37 US-Dollar-Cent. Man muss ganz ehrlicherweise sagen, trotz des starken Bitcoin, Ethereum und sonstigen Abverkaufs halten wir uns bei XRP relativ stabil. Aber das machen wir seit Monaten, ist ja nichts Neues. Wer mich verfolgt oder wer die Chart-Updates immer wieder sieht, wir befinden uns weiterhin in einer riesigen Seitwärts-Range. Trotzdem gab es die Woche kurzfristigen Grund zum Optimismus, was uns dann jetzt hier zu unserem Szenario, also zu unserem negativen Szenario führt, was wir besprochen haben, dass wir nochmal einen Ausschlag nach oben hinkriegen könnten. Der wäre ungefähr hier bis 0,40, bis 0,41 US-Dollar sind eingeplant. Wir sind dann bei den 0,40, 22 rejected worden. Also bearish Rejection nach unten hin. Das war dann hier dieses B-Szenario, sollten wir hier oben nicht rüberkommen. Aber was hat überhaupt zu diesem Pump geführt? Und zwar gab es News. Ripple-Anwalt in SEC-Klageurteil könnte heute kommen. Das war, glaube ich, am 8. März, also am Mittwoch. Ist nicht gekommen. Und ein bisschen weiter unten steht dann, oder auch erst in einigen Wochen. Also hier sieht man es. Rechtsanwalt John E. Deaton erwartet die Entscheidung Ripple-Prozess heute Abend oder in einigen Wochen. Also dieser Artikel hat erst einmal für viel Euphorie da draußen in der XRP oder Ripple-Community gesorgt. Aber im Endeffekt ist nichts wirklich passiert. Es gibt nichts Neues. Trotzdem schürt es natürlich ein bisschen mehr die Hoffnung, dass jetzt in den nächsten Wochen da wirklich mal ein Urteil kommen könnte. Und was ich auch noch so ein bisschen mitbekommen habe, ich glaube, die oberste Richterin, die da den Fall bearbeitet hat, irgendwann im Juni, ich glaube, XRP-Deutschenarzt-Bericht ist Sinan und Luis, also gerne da vorbeigucken bei den Jungs, dass sich da auch ein bisschen was tut. Also das Urteil könnte wirklich in den nächsten Wochen oder sonstiges fallen. Aber es war auf jeden Fall nicht diese Woche. Trotzdem haben wir eben die Kursausschläge gesehen. Am Mittwoch ging es deutlich nach oben bis eben knapp 0,40 US-Dollar-Cent ein bisschen drüber geschossen. Aber dann sofort auch, wo diese ganzen News oder wo der Tag dann im Endeffekt schon wieder rum war, ging es dann auch wieder nach unten. Wir konnten es nicht halten, hier unseren Downtrend von unserem Falling-Broadening-Redge nach oben hin zu durchbrechen. Und seitdem ging es nach unten. Trotzdem muss man, wie gesagt, dazu sagen, Bitcoin und Ethereum hat es deutlich, deutlich härter getroffen als hier XRP. Das einzige positive Signal. So, jetzt gehen wir mal in die kleineren Timeframes rein und schauen uns den Chartverlauf hier ein bisschen genauer an. Also wie gesagt, wir hatten hier oben unser Fakeout aufgrund dieser News, die ein bisschen überhypt waren. XRP übrigens da an diesem Tag Tagesgewinner, auch seltenes Phänomen, alles rot, XRP grün, sieht man natürlich gerne auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir wieder in unserem Falling-Broadening-Redge nach diesem Fakeout. Deswegen können wir jetzt auch hier oben mal diesen Kursverlauf erst einmal wegmachen. Ich gehe ganz ehrlich weiterhin davon aus, wir bilden zwar hier höhere Tiefs. Erstmal ein positives Zeichen. Das heißt, wir haben hier einen leichten Abtrend drin und das Volumen hier sehr, sehr stark. Sollten wir hier jedoch ein tieferes Tief sehen. Und da spreche ich hier von dieser Grenze hier unten bei den 0,35, 89, dass wir hier unten sehr, sehr wahrscheinlich ins Golden Pocket zwischen 0,34 und 0,35 US-Dollar-Cent gehen. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Das bearische Szenario sollten wir hier oben bei den 0,40, 41 grob zurückgewiesen werden. Wäre das das erste Ziel. Aber man muss auch dazu sagen, hier kam eine Menge Volumen zustande. Also da ist eine Menge Volumen in den Markt wieder reingekommen und das, obwohl XRP nicht auf allen Börsen gelistet ist, muss man ja auch immer noch dazu sagen. Das heißt, da fehlt auch natürlich eine Menge Liquidität. Trotzdem sollten wir uns jetzt hier stabilisieren oder hier nochmal zumindest in diese 4 Stunden Demandzone reinkommen bei den 0,36, 29. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir möglicherweise bei einem positiven Kursverlauf, auch bei Bitcoin und sonstigen, nochmal zumindest hier oben die Grenze anschließen. Denn wie gesagt, wir haben hier eine Menge Liquidität, zumindest auf dem 4 Stunden Timeframe, die wir uns noch holen könnten und dann nochmal versuchen, die 0,41 US-Dollar-Cent anzutesten. Wir blicken jetzt nochmal ganz kurz auf den 1 Stunden Timeframe. Auch hier sehen wir die Bestätigung. Dieses Hoch hier oben wurde noch nicht gefischt. Das heißt, hier liegt eine Menge Liquidität, die wir uns auf jeden Fall noch holen sollten. Dafür muss ich jetzt XRP bzw. Ripple jetzt hier erstmal ein bisschen stabilisieren. Kriegen wir hier die Stabilität rein und versuchen auch hier wieder, sag ich mal, diesen Bereich um 0,38 US-Dollar-Cent nach oben hin zu durchbrechen, könnten wir wirklich nochmal in Richtung 41 US-Dollar-Cent ausbrechen. Aber, jetzt kommt das Aber, ihr kennt das Spiel mit dem FIP-Level. Einerseits das 0,5er liegt hier eben an diesem Downtrend, den wir noch nicht nachhaltig durchbrochen haben und direkt darüber liegt der Pivot und das Golden Pocket. Das heißt, die 0,38 US-Dollar-Cent werden hier der Game-Changer-Bereich. Werden wir hier oben rejected, wovon ich bei einem bearischen Marktumfeld auf jeden Fall ausgehen würde, dann sehen wir erst das Golden Pocket, bevor wir die 0,41 US-Dollar-Cent durchbrechen. Also, das sind jetzt momentan die zwei Szenarien, die ich sehe. Kriegen wir hier oben die Rejection rein, dann wartet das Golden Pocket auf uns, wobei ich hier schon die Rejection eher am 0,5er FIP-Level erwarte. Wir schauen mal ganz kurz, was das Trade-Technisch bedeuten würde. Ungefähr 2,27% Risk, was wir hier eingehen würden. Würde ich aber sogar eher dazu raten, wir gehen ein bisschen höher und legen den Stop-Loss hier in Richtung 0,39, 22. Aufgrund dieses kleinen Voids, was wir hier eben noch dazwischen haben, das heißt, das Risiko, dass wir hier doch ein bisschen überschießen, ist auf jeden Fall gegeben. Eben trotzdem, 0,5er FIP-Level würde ich hier mal als Entry momentan ein bisschen vorhersagen, weil hier der Downtrend kommt, das 0,5er Fibonacci Retracement Level. Wir haben hier auch noch diese kleine Ineffizienz, die auch noch in diesem Bereich eben zustande kommt. Das heißt, hier kommt ein mega, sag ich mal, Verkaufsdruck auf, beziehungsweise auch ein mega fetter Widerstand erst einmal auf uns zu. Sollten wir hier oben zurückgewiesen werden, dann Golden Pocket nach unten hin, der Sinn, also die 0,35 US-Dollar Cent, brechen wir hier nach oben hin aus. Und momentan, wie gesagt, ist der Abtrend noch in Gange. Wir bilden höhere Tiefs und höhere Hochs, zumindest in kleineren Zeiteinheiten. Dann sehe ich die 0,41 US-Dollar Cent und dann kommt eben der nächste fette Widerstand. Und hier oben die Entscheidung, ob wir da nochmal runterverkauft werden bis 0,38 oder ob wir hier oben wirklich durchbrechen könnten bei einer positiven, möglicherweise Entscheidung, die anscheinend jetzt immer näher kommt, Freunde, da draußen. Also es wird langsam immer spannender, was XRP angeht, mehr und mehr News. Und deswegen werde ich auch dieses Format weiterführen mit jedem Freitag, weil es kommt sehr, sehr gut an und mir macht es auch riesig Bock. Gut, das soll es erstmal zur XRP gewesen sein. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche zu einem XRP-Update-Video wieder. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Nicht zu viel auf die Charts gucken, lasst euch nicht zu viel beeinflussen von den ganzen News und vor allem nicht von Bitcoin da draußen. Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr bereit seid für das nächste XRP-Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto oder stay XRP.